ja stimmt okay ich brauche einfach nur die steine von hier bau dann den mittelmixing ich weiß allerdings nicht wie das jetzt mit dem nickel ist also eigentlich müsste ich das zuerst in die kiste packen und dann von ja das geht glaube ich da es kommt in die kiste dann kommt ein älmchen nach da ein älmchen nach da du kommst dann dahin und machst bitte blei und nickel ich brauche jetzt ein smart inserter habe ich aber noch nicht wo wartest du jetzt also brennmaterial die kiste da voll und dann habe ich ein problem aber bis dahin passt das mal wenn man eine stahlkiste da muss so tada ich hab blei und jetzt bräuchte ich erstmal teste ich mal ganz kurz was aber das nicht vielleicht doch geht nimm mal das blei und tue es einfach hier rein okay es geht doch das heißt du kannst das hier mal ersetzen und dann bräuchte ich blei und was um solda zu machen setz dich noch mal dahin und du machst jetzt bitte solda blei und tin das heißt das kommt dahin und wenn ich tin hier reinschmeiße kommt da gleich solda raus wenn ich denn ärmchen hätte bau ärmchen nehmt die holzkiste von eben wieder und das das ist optik oder pop kräft oder was auch immer das ist pop ganz ganz lange rein und das mit den flüssigkeiten wird noch viel schlimmer bau dahin so solda jetzt habe ich solda und ich hab das das heißt ich kann jetzt na blaue grisselplatten machen was oh nein natürlich ist die reihe noch nicht fertig ja jetzt geht das dahin bau fabrik war doch eine fabrik oder wo mache ich dich achso und resin resin brauche ich natürlich auch noch warum nicht also muss ich hier noch eine baumfarm oben ran setzen und dann geht das alles komm gib mir die fabrik bitte ganz ruhig geh rum ist alles gut es wird alles gut und da eine fabrik die solda macht und resin kann ich natürlich nicht einfach so ein inventar herstellen deswegen baue ich jetzt eine fabrik dann geh weg research ding baue ich dich dahin dann setze ich die fabrik dahin und die befüllt dann von hand mit holz dies da du machst bitte resin hier und dann legst du das da unten in die giste so jetzt jetzt kann ich blaue grisselbretter machen vier stück so bau die alle dann kann ich hier ganz tolle sachen herstellen ich weiß noch nicht mehr weswegen ich das alles gemacht habe ich glaube für die grüne tragen produktion achso und für licht licht nicht vergessen ich kann ins licht machen das gibt mir c und p da 1 2 3 c und 6 p 1 2 3 4 5 6 dauert jetzt ein bisschen aber wird es auf jeden Fall wert sein derweil derweil habe ich keine munition bräuchte ich nur eisenplatten für ja nimm mal die fabrik da unten weg jetzt die fabrik hier wieder hin und stelle hier einfach mal muni her so da habe ich irgendwo die kiste über ich will das jetzt nicht abbrechen das muss jetzt gleich alles wieder eingeben die p ich bleibe ich jetzt drücke immer f f f f dann kriegst du mein zeug f forschen könnte ich nebenbei mal long insurter extra long insurter nein ich hätte gerne die hä nie insurter ja forschen f du bist langweil und schneller als du f ähm euch nehme ich mal mit dich nehme ich mal mit oh es kommt kein kupfer an weil ihr aus seid ok ich brauche vier Blocks wir müssten sich ja wir müssten sich ja eigentlich ein paar oben staunen aber nicht so wirklich in your insider go nimm mit ähm das sieht irgendwie traurig hier aus woran hapert es? an kein Carbon ja kommt später 30 coole Blöcke da 30 coole Blöcke da go also kommt auch gleich wieder Kupfer alles ich habe das Fenster instant weggeklickt durch irgendeinen Tastendruck aus Versehen ich habe das mit so T ich könnte jetzt auf Fast Speed Insurter nehmen Fast Extra Long Insurter nein was ist hier? Smart Insurter kostet nur 10 brauche aber vorher das 10 grüne sollte ich drin haben auf Vorrat richtig richtig ja hau rein habe ich die gleich auch den kann ich auch bei dem Galena Zeug dann ein bisschen besser umsortieren das passt dann auch soweit das sieht gut aus das sieht sehr gut aus ok ich kümmere mich jetzt um die Stromversorgung da unten dass die richtig ordentlich läuft dann kann ich die oben abreißen Smart Insurter erforschen und dann werde ich weiter hier dicht machen mit den ganzen Meintürmen oh stimmt und regelmäßig fuck und ich baue gleich eine Kiste für die Munition die ich vergessen habe Krummelkumpf so du C C C C Tapp Tapp ja Tapp 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 aber das ist also ich tue gerade so als wenn es mich nerven würde dass er da auch in Forschung kommt und zum kleinen bisschen tut es das auch weil es halt immer zu der falschen Stelle kommt und weil es gar nicht so wichtig ist gerade aber verglichen mit der letzten Staffel wo wirklich 10 Folgen lang keine neue Forschung gekommen ist weil halt alles Lille Tränke braucht die ihre lange brauchen das ist jetzt echt wieder schön dass es so viel Zeug ist ich muss scrollen ich muss durch scrollen und es dauert bis ich unten ankomme also ne da ist Shadow Mod Pack echt super was das angeht so mach 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 baumärmchen ahja jetzt wird es langsam hier voll sehr schön also Ausgangsärmchen wäre vielleicht auch noch ganz toll und überall einstellen was sie machen sollen wäre auch hilfreich so so und jetzt wird die Kohle nicht mehr ausreichen also werde ich hier weiter holzen müssen und ein paar Drills bauen sobald das da durch ist es fehlt wieder Eisen richtig ja also bei der Eisenproduktion muss ich auch umbauen weil ich denke das fällt was ich jetzt schon seit einer Stunde und 33 Minuten behake hat jetzt inzwischen sehr schlechte Prozentwerte so und hier jetzt noch welche hinbauen weiß ich nicht wie sinnvoll das ist ich glaub ich mach lieber hier unten aber wenn ich halt hier nen Drill hinbauen dann kriegt er noch ein ganz paar Felder abgehört oh Baustab lieber dann so zack ne ne ich will das Holzding erwischen gut da so und dann da und das Fließband dann da irgendwie ranpappen so okay das sieht schon besser aus auf der Seite dann euch weg neues Eisen holen neues Kupfer holen neue Drills bauen für hier hinten dann kann ich hier noch einer hin da noch einer hin und hier unten können wir das auch noch alles abdecken mit Drills bis dann irgendwann die durchgehend vollgestopft sind und ihr produziert jetzt schon mehr Strom als der gesamte Block da hinten allerdings hätte ich ganz gerne hier noch einen Splitter um das ganze dann nochmal hier aufzubauen habe ich jetzt schon ein bisschen mehr Stein ja bau bitte das sind echt teuer die Nenfels so und die Wasserteile davon auch noch zwei und dann bau mal hier ein hin damit mich orientieren kann und da geht das dann durch und du kommst da hin habe ich gerade einen Fehler gemacht gedanklich ja habe ich das muss auf die Höhe da und dazwischen ist nur eine Platz so warte ähm dim 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 ich bau bau einfach einen davon und eigentlich müsste ich jetzt alle umbauen von P auf S damit wir später mit den Solar Panels nicht ins Gehege kommen aber das mache ich nicht jetzt nicht jetzt und ja es ist die richtige Höhe das heißt ich bräuchte jetzt fünf ne zehn von den Boilern ich bräuchte noch mehr von denen und dann sollte das für eine ganze Weile reichen an Strom ja aber erstmal sollte sich das hier staunen mit den Fuel Blocks mit den Kohle Fuel Blocks solange es das nicht tut macht es auch keinen Sinn das zweite da anzuschließen das heißt jetzt wie gesagt erstmal Eisen und Ressourcen abholen und die Kiste bauen und die Kiste bauen Kiste da für die Money oh da muss ich auch wieder nachsetzen könnte erklären was mit dem Eisen grad nicht so gut lief so so Stahl ist da Eisen 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 wer damit Drills bauen ja und Fuel Bloss wollte ich holen von hier und ich reiß die mal ab und guck mal ganz was wie mit Strom aussieht und immer geht noch okay das heißt ich mach die jetzt alle weg und mach die hier alle weg so jetzt brauchen die auch keinen Strom mehr und setz den unten her hin und euch nehm ich auch weg damit ich das hier nicht alles später mache wird zack zack dies werden wir später abgerissen die nehm ich mit damit ich sie nicht herstellen muss und die ganze Kohle die jetzt hier oben abgebaut wird wird einfach nur eingelagert vorerst also und zu Carbon verarbeitet das ich übrigens mal mitnehmen sollte für unten kann es sein dass mein Inventar Größe ist oder kommt mir das gerade nur so vor hm du baue mal ein paar Mitreids gib mir das gib was läuft hier jetzt falsch du hast keinen Tin äh so was ist Quas ja ok ich muss noch Tin holen ich muss noch Money abholen sehr gut Tin Tin du baust das Carbon das kommt hier rein das sollte jetzt eine ganze Weile laufen weil es von hier durchgehend hinbekommt und von hier unten eine ganze Menge Carbon sohle da ist das nächste Problem dann kümmere ich mich später drum und jetzt die Füllblocks genau so 25 jeweils sollte ein wenig halten so die die ganzen verschiedenen tollen neuen Erbchen habe ich jetzt Storage 2x2 nein ich wollte 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 Military 2 ähm nee ich wollte bessere Schmelzöfen und das Ding da haben den Mescher um alle meine Ressourcen zu verdoppeln ja richtig die 50 grüne das kriege ich hin oder mal hier oh ok es dauert vielleicht ein bisschen aber ich kriege es hin müsste theoretisch es kommt immer noch ein Kupfer an weil es alles da oben verbraucht wird nein so danke da das da eigentlich hätte ich jede Zahnräder auch für einen Eigenbedarf das heißt ich müsste hier eigentlich irgendwo eine Fabrik zwischen Klemmen die Zahnräder herstellt oder hier warte mal da da eine Fabrik blaue Fabrik ja später zum 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 Fließbände für Eigenbedarf hier 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 gut äh Fabrik du da machst bitte Zahnräder so so und in irgendeine Kiste ganz ganz viele davon stimmt wenn ich ganz ganz viele davon machen will mach blaue Kisten Resin ist weg Resin da hatte ich irgendwo hier genau da meine manuelle Holzbefüllung habe ich vergessen du Holz bekommst dafür noch eine Stahlkiste und ist hier alles okay ich habe vergessen so Solar kommt gleich auch wieder Resin nämlich haben wir schon was für selber und du bekommst hier noch eine Kiste für Holz so du gib mir die und weißt du was du kannst das mal kurz hier abklemmen weil so viele Morden brauche ich gerade gar nicht mehr denke ich und lagere lieber die Bricks hier ein für die Mescher später dafür brauche ich allerdings wieder mehr grünen Trink dennoch ich bin echt zufrieden wie es mit der Basis läuft die Angriffe waren ein bisschen irritierend haben jetzt aber nachgelassen ich weiß nicht warum so ein bisschen beängstigend aber sie haben wenigstens nachgelassen oder ich habe sie einfach vollkommen übersehen was hier anscheinend doch öfters vorgekommen gut gib mir mehr davon so haben wir anscheinend nachgelassen und ich hätte jetzt auch genug Mauern und Türme nicht unbedingt aber bald genug Mauern und Türme und den Rest zuzumachen so und dann igel ich mich erstmal ein bisschen ein um das mit der Textstufe einigermaßen hinzubekommen und dann erst später fange ich an Basen zu zerstören Außenposten zu gründen und so weiter ja aber zuversichtlich und es macht Spaß endlich wieder so viel Textspielkram zu haben das habe ich echt vermisst ist oder die Handlung die Textspielkram